Hallo zusammen, es ist der 24. März und wir haben es morgens sehr, sehr früh. In diesem kleinen Clip geht es um den Nasstag. Wir wollten es zwar gestern Abend dann auch irgendwann machen, so um 10, aber dann war ich dann doch schon in der Haier. Und vor euch liegt der Monatschart, eine Kerze, ein Monat. Die sind ordentlich gelaufen. Und auffallend ist jetzt hier, dass von dieser Bewegung hier, vom High, das wir da hatten bei 16.700, ich glaube es war 76 genau, runter sind wir jetzt zum dritten Mal, in dem dritten Monat hintereinander, an dem 38er Retracement. Und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass wir hier die 20-Monats-Linie haben und die liegt bei 13.213, verliert 140 Punkte im Moment pro Monat. Aber das sieht man hier, das ist ein richtig schöner, fetter Widerstand in dem Bereich 12.860, 65. Von der Technik her, ich drösel es wieder auf, ist nach wie vor eigentlich alles okay, kann weiter hochgehen, hat mehr Potenzial, hier auch über den Oszillator als Risiko, aber der muss jetzt langsam mal da drüber, sonst verbraucht er sich. Aber das ist das Erste, was mir im Monat auffällt. Ich gehe ganz gerne mal auf den Monat, weil da werden einige Chartpunkte doch deutlicher. Wenn ich in die Woche gehe, kann ich damit herzlich wenig anfangen. Ja, da ist auch hier natürlich das 38er, waren wir auch neulich schon wieder ein paar Mal drüber, aber von der Technik her auf wöchentlicher Sicht ist das hier neutral, noch immer leicht positiv, aber es ist kein frisches Signal, weder von den Bändern. Jetzt mag man sagen, okay, die 20-Wochen-Linie geht über die 200-Wochen-Linie. Ich gucke da nicht so drauf. Ich nehme das mehr als, sagen wir mal, eine optische Unterstützung. Also von der Woche her kann ich hier mit gar nichts anfangen. Das Einzige, was ich machen könnte, ich kann hier einen Trend ziehen, der geht dann hier runter, liegt ungefähr da, aber hier ist nichts zu holen, gar nichts. Jetzt gehen wir in den Tag, weil der ist ja momentan ziemlich heftig. Also der macht wirklich, wir hatten hier einen Shootingstar, das war dann am Sonntag und Freitag am Mittwoch, haben wir hier diesen Shootingstar, Außenband raus, Insband rein, fettes schwarzes Teil. Deswegen war das so verwunderlich, dass der dann gestern von seinem Hoch, von seinem Tief, 12.570 auch dann gleich wieder hoch ist. Aber man sieht auch hier, wir haben momentan so eine Art Doppeltop-Charakter. Was mir hier ganz gut gefällt am Tageschart ist, das sieht man ganz gut, A, die Bänder gehen auf und das untere, der Bewegung entgegengesetzt, dreht noch nicht irgendwo nach oben. Das wäre schon mal positiv für den Markt. Wir sind über der 20-Tage-Linie, wir sind über der 200-Tage-Linie, ist auch positiv. Was mir hier weiterhin gut gefällt ist, wir sind von dieser Bewegung hier runter, bis dahin ist das von dem Tief bis zu dem letzten Zwischenhoch ist das genau eine 50-Prozent-Korrektur von dieser Bewegung hier. Genau bis hier hingegangen. Das ist schon eine Unterstützung. Die kommt auch von hier hinten her, die kommt von hier, die kommt, was ist denn das jetzt hier eigentlich, das ist vom Oktober letzten Jahres. Soweit ist der hier wirklich gut unterstützt, das ist ein wichtiger Punkt, eine wichtige Make-or-Break-Line, 11.707. So, und dann sind wir hoch. Wie gesagt, jetzt kommt hier so ein Doppeltop-Charakter rein. Von der Technik her auf Tagessicht sind wir nach wie vor neutral. Wir gelten zwar als überkauft über den Oszillator, aber noch ohne Verkaufssignal. Das kann sowas hier werden. Kann man nicht sagen, das ist also definitiv kein deutliches Verkaufssignal. Also der Grundthema muss wirklich lauten, der Chart ist wichtiger als die Technik. Weil egal, was die Freunde hier unten alle machen, oder die Bänder, wenn wir hier drüber gehen, über diese 12.865 und schließen da, bitte nicht 12.870 oder sowas, sondern das muss schon so eine 12.920, 30 sein und schließen da, dann macht er sich den Weg frei zur 13.600. Da sind wir hier an diesem letzten größeren Zwischenhoch. Wenn das passiert, ist hier unten die Technik Makulatur. Da muss man nicht drauf schauen. Aber der muss zusehen, dass er Gas gibt. Weil wenn er das nämlich nicht schafft hier drüber, baut sich das hier alles weiter auf und wird dann irgendwann mal erschlaffen. Sagen wir es mal so. Und dann kümmern wir uns erneut um diesen unteren Bereich. Die 200-Tage-Linie hat auch geholfen und die Verbindung aus 200-Tage-Linie unteren Band und diesem 50er-Retracement von dieser eben angesprochenen Bewegung ist eine schöne Soft-Landing-Area zwischen 11.700 und 11.850, 890 hier in diesem Bereich. Das ist schon, das ist sehr wichtig, aber ich halte also auch hier oben diese 11.865 für sehr, sehr wichtig. Je nachdem, welchen Weg er sich zuerst frei schaufelt, dem wird er noch weitere 500-600 Punkte folgen. Aber dazu muss er entweder hier drüber gehen oder hier drunter gehen. Ansonsten ist das hier ein Gefangenen in der Range. Nichts anderes. Ich habe mir diese Scheine ausgesucht. Und zwar ist der eine in Cormit 11.619, da sind wir also relativ bequem unter dem letzten Zwischentief. Das ist die GZ7K1Y. Wenn der allerdings hier drüber geht, wenn er das wirklich schafft, über die 12.900, sagen wir jetzt mal 20, da kann man natürlich auch einen nehmen, der einen deutlich höheren Hebel hat, so hier im Bereich 12.200 ungefähr, da wo die unterhalb der 20-Tage-Linie ungefähr so 100 Punkte drunter. Das kann man dann auch machen, ist überhaupt keine Frage. Aber im Moment, wissend, dass wir hier einen fetten Block vor uns haben und hier einen muss ich den ein bisschen weiter runternehmen. Den Put habe ich so gewählt. Das ist die 13.264. Da sind wir hier. Hinter diesem kleinen Low, was wir hier haben. Das ist jetzt im Moment ein 23er Hebel von der GZ96PR. Den habe ich bewusst da hingelegt und der hat also auch den größeren Hebel als der Call, weil das ist schon eine wichtige Marke. Aber sollten wir hier durchbrechen mit Schlusskurs, mit mehr als 50 Punkten von dem letzten hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier die 13.600 nehmen, auf jeden Fall höher. Also hier muss man nicht zu schnell sein. Ich glaube, das kann man gut abwarten. Wenn das hier gebrochen wird oder hier unten, dann legt er auch dementsprechend nochmal 500 Punkte in die gleiche Richtung drauf, nach unten oder nach oben. Mehr fällt mir dazu jetzt momentan nicht ein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.